Die laufen alle so langsam. Lass mich einen Moment nachdenken. Schicke Wohnung. Oh, du mitleidiges und holdes Wesen, das durch die purpurdunkle Luft uns aufsucht. Wie wir mit blutgem Rot die Welt gefärbet. Wenn gnädig uns das Welt als König wäre. Das Sofa hat sie gefressen. Blinkt nach dem Paradies. Johnny, machst du hier schon wieder? Blaue Butter? Was zum Teufel nehmen die? Blau, hm? Muss ein Safari Call Derivat sein. Der Scheißfluss während des dritten Konzernkriegs durch alle Wehen. 24 Stunden kein Schmerzgefühl und hinterher erinnerst du dich an nichts. Wer kann es ihnen verübeln, ha? Ich warte im Van. Ach, hier wären wir sonst hergekommen, wenn wir nicht oben übers Fenster gegangen wären. Ich warte im Van. Wo ist Judy jetzt? So. Ich warte im Van? Warte, warte, wieso hat die Mission gewechselt? Hä? Ich dachte, ich muss mit Judy reden. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Weil sie ist, glaube ich, hier rausgegangen. Oder? Ups. Bist du hier, Judy? Nee. Gut. Ja, nicht. War die Mission jetzt abgeschlossen? Oder habe ich es wirklich kaputt gemacht? Oh. Hey. Hast du heute Nacht ein bisschen Gesellschaft? Denn hier bin ich, Baby. Die Shabazz, das verbandelt deine Pussy in einen Wasserspender. Nutzt deine Fantasie. Versuch ich ja. Aber ich hab... Hast du was Interessantes für mich? Hm. Okay. Ich suche nach was Speziellem. Ein Braindance, um richtig... Was Dreckiges? Nein. Noch härter. Gibt's hier nicht. Aber da ist ein Typ an der Jig-Jig-Street, der eine Menge Abgefahrenes hat. Und zwar richtig abgefahren. Okay. Ist ja nicht so, dass ich hier gerade hergekommen bin. Ich suche nach Rohmaterial. Ungefiltert. Bei mir kriegst du nur Ungefiltertes. Ich komm einander mal wieder. Worauf stehst du? Kannst kaum erwarten. Was ist mit dir? Kaufst du was? Oder willst du nur wie ein Undercover-Bulle rumstehen? Was hast du? Virtus. Auch Spezielle? Sagen wir es mal so. Wer das weiß, muss nicht fragen. Ich suche BDs. Der besonderen Art. Besonders? Bist du ein Bulle? Gib mir das Beste vom Besten. Was mit der Todesmotte? Hab's mit ner Feinschmeckerin zu tun. Todesmotte kostet aber ordentlich. Haben wir das Geld? Was auch immer der Willen. Wie steht's um nen Neukundenrabatt? Rabatt gibt's nur für Stammkunden. Wenn du pleite bist, verpiss dich. Wo hast du die Aufnahmen her? Die Leute, die sie machen? Besessen von ihrer Anonymität. Hatte nie das Bedürfnis zu fragen, wo die herkommen. Und genau deshalb lebe ich noch. Und kann mir jetzt von dir Löcher in den Bau fragen lassen. Hast du was Interessantes für mich? Kritierte Todesmotte. Vor allem das Geld haben wir gerade noch so. Ich hab ja letztens so viel Geld ausgegeben für Cyberware. Gut, dass wir das Geld jetzt noch haben. Jetzt sind wir arm. War mir ein Vergnügen. Wir brauchen Geld. Wir müssen wieder Zeug verkaufen. Alles Mögliche, was wir finden. Würde ich gern. Kann ich jetzt erst. Lass mich alles vorbereiten. Aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, ich editiere in Echtzeit. Solide Links-Rechts-Kombo. Kann losgehen. Verschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen kann. Wie? Editiermodus ist bereit. Zieh dich in aller Ruhe um. Ich wollte, wie kann ich die Spur wechseln da oben. Wir gucken erst mal. Wir gucken erst mal. Okay. Leute, das mit dem Sound passt gerade nicht. Muss ein Scaff sein, sonst zieht sich niemand so an. Eine Scaff-Frau. Wer hätte gedacht, dass die auch Expedies drehen und nicht nur Leute ausweiden. Vor kurzem bestellt. Gewöhnliche Kiste. Decker, Tanaka & Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Elektrik Korp Logo auf den Overalls. Ja. 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 Bucket Slice. Das gibt's da auch. Aber bist du dir sicher? Okay. Also ein altes Electric Korb-Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Okay. Los, wir müssen da hin. Ja. Fahren wir zusammen? Okay. Auf geht's. Dann mal los. So, Chad, wir nutzen die Autofahrt, um was zu trinken. Fährt die Bilder nicht los. Aus der Todesmuttenwirtel, die wir gesehen haben. Wenn alles, was die aufnehmen, Snuff ist, dann... Sag's nicht. Die müssten total bescheuert sein, um F für sowas zu verschwenden. Wie meinst du das? Wir reden von einem Mädchen, das nicht nur ein Vollprofi ist, sondern sogar ein Puppenimplantat hat. Ich mein, sowas findet man nicht an jeder Straßenecke. Ich überspringe mal die Reise. Spart ein bisschen Zeit. Wir fahren ja jetzt eigentlich nur... Und da wären wir. Gehen wir rein? Such nach nem Eingang. Ich bleibe hier und scanne im Subnet nach Bauplänen für die Anlage. Vielleicht finde ich ja was. Ich komm nach, sobald ich was hab. Bis dahin bleiben wir per Holo in Kontakt. Kleine Warnung, sieht brutal aus da drin. Na und? Wenn du denkst, dass mich das abhält, hast du dich geirrt. Okay, dann mal los. Okay. Ich denke mal, hier geht's rein. Ist so schön beleuchtet. Und hier liegt Loot. Stahlrohr. Was ist das, was ich? Ich bin so schön. Ich bin so schön. Ich bin so schön. Ich bin so schön. abschüsse gehörten liebst du noch ja keine zeit hier um zu schleichen der ist tot er war gar nicht tot jetzt trifft mich Das war voll gut von mir. Ich habe ihn einfach gestoppt, als er die Granate geworfen hat. Dann hat er sich einfach selbst gesprengt. So heilt ihr sich! Dann ist eure Scheiß anzahlen! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gehen! Idiot! Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Da. Ist er tot? Dauber. Das sind noch welche. Das sind noch welche. Oh, hier eine Kamera? Nö. Oh, hier eine Kamera? Ja. Scheiß dir nicht! Womöglich war da doch eine Kamera. Was, seltsames Grafitti? Was jetzt? Was jetzt? Was kommt hier einfach raus? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Ich wollte da hoch. Da ist Loot. Oh, das war doch eine Tarotkarte. Oh, die, ohne mal. Du hast ja noch mal zwei. Ich war. Und Schiegel dagegen. Sonst hier zeugen. Ah, du hast ja jetzt ja schon wieder einen ... Okay, er ist ja gut explodiert, der da lag. Habe den Bauplan! Ich bin sofort da! Versuche, einen Weg in den Platz. Untergeschosse zu finden. Hier ist ein Symbol für eine Überwachungskamera. Warum lehnst du dich denn? Warum lehnst du dich nicht zur Seite? Gut. Eigentlich soll man nach unten. Wurde mir gesagt. Aber hier geht es auch nach oben. Hat ja wohl einen Grund, oder? Ah, okay. Einfach nur, weil hier oben ein Eingang wäre. Ja, da müssen wir jetzt wohl doch nach unten. Ist hier irgendwas cooles, wo ich vielleicht so ein Code oder so knacken könnte? So ein Breach-Code. Da war es nur warten oder runtergehen. Höre Judy durch die unteren Ebenen. Wo ist sie denn? Warum ist das hier gerade so ein bisschen spooky? Wir müssen zum Untergeschoss 2. Echt? Vorsicht, hier haben wir was gehört. Hörst du das? Wir haben nicht genug Messer und nicht zurückgeladen. Kein Problem. Wir strecken das mit RTL und das Gewicht stimmt. Wir nutzen den Hack mal. Habe ich noch nie genutzt? Er hat jetzt auch seinen Nachbarn und noch einen Nachbarn mit vergiftet. Er hat jetzt auch seinen Nachbarn. Ah! Ich dachte, hier stand die ganze Zeit einer. Au! Dieses Hemd. Dieses Hemd. Hängt jetzt! Was ist los, Judy? Ich könnte wahrscheinlich viel öfter das nutzen, immer wenn dieses komische Muschel-Symbol da ist. Wir könnten verbinden, wir können einen C, 5, 5, BD. Nee, wir haben nur 5 Felder. Wir könnten die oberen 2 zum Beispiel machen. BD, BD, 55. 55. 55, 1 C. 5, 5, 2 Cs. Oh, bl***h.